Jelena ist in Bayerwa. Sie hat gesagt, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den Sieg. Das hat sie gemacht. Und nachher konzentriere ich mich auf den Weltrekord. Erster Versuch. 5,06 Meter. Jelena ist in Bayerwa. Ja, sie ist drüber. Weltrekord. Das ist unglaublich. Solche Geschichten kann nur der Sport schreiben. In Berlin weinten sie bittere Tränen und jetzt sind es die Freudentränen. Jelena ist in Bayerwa. Springt. 5,06 Meter. Der 25. Weltrekord in Zürich. Der 27. Weltrekord für Sie. Die Weltrekord in Zürich Untertitelung des ZDF, 2020